Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast für mehr Diversity im Start-up-Ökosystem von Marlis Jahnke und Heidrun Westen. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Gründerin des Ländervereins EMA, der sich für den Ausbau der Kooperation und Völkerverständigung zwischen Deutschland, Europa und der Mittelmeer- und Nahostregion einsetzt. Als Generalsekretärin der EMA hat sie ein Mentoring-Programm zwischen deutschen und arabischen Unternehmerinnen aus Nordafrika initiiert, mit dem Ziel, den interkulturellen Austausch zu verbessern und sich gemeinsam zu unterstützen und voneinander zu lernen. Darüber und wie man sich einen ehemaligen Bundespräsidenten ins Präsidium holt und über noch viel mehr möchten wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Herzlich willkommen, Clara Gutroy.